In Sachen Drittherstellerobjektiven fürs Fuji X-Mount System geht mittlerweile ja richtig was. Einen Neuzugang, der seit kurzem in Europa erhältlich ist, möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar das Viltrox 75mm f1.2. Hi Leute, mein Name ist Jochen Müller, ich bin Street-Fotograf aus Düsseldorf, ich bin auch Buchautor. Ich habe das Buch geschrieben Street-Fotografie die Kunst einzigartige Augenblicke einzufangen, erhältlich beim Bildner Verlag. Und ich fotografiere mit dem Fuji X-Mount System. Heute geht es also um das niegelnagelneue Viltrox 75mm f1.2. Kleiner Disclaimer vorab, das Objektiv wurde mir kostenlos von der Firma Rollei, die den Vertrieb in Deutschland machen, zur Verfügung gestellt. Ich muss das nach dem Test wieder zurückschicken und bekomme ansonsten auch kein Geld dafür. Und ansonsten nimmt Rollei oder Viltrox auch keinerlei Einfluss auf dieses Video. Ich kann also sagen, was ich möchte. Und wieso macht der Jochen jetzt überhaupt ein Video zu so einer Linse? Schwerpunkt Street-Fotografie auf meinem Kanal, völlig klar, 75mm f1.2. Nicht so die natürliche Brennweite für einen Street-Fotografen. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich auch ganz gerne Porträts mache. Ihr könnt gerne auf meiner Website jshooter.de mal schauen, da ist auch eine ganze Galerie mit Porträts. Da ist so ein bisschen eingeschlafen bei mir. Ehrlich gesagt habe ich jetzt die Linse so ein bisschen zum Anlass genommen, mal wieder ein bisschen Porträts zu fotografieren. Einmal mit meiner Nichte Elisa, da seht ihr ein paar Fotos. Und einmal mit Julie, einem Mädel aus Köln, mit der ich schon häufiger mal Porträts gemacht habe. Aber auch im Bereich der Street-Fotografie ist dieses Objektiv für eine Sache spannend, nämlich für Street-Fotografie bei Nacht. Das ist auf jeden Fall natürlich auch eine spannende Kiste. Und ansonsten ist das natürlich ein Objektiv für Porträts-Fotografen. Aber auch für Leute, die Hochzeiten machen oder andere Events fotografieren. Einfach weil das so krass lichtstark ist mit seinen f1.2. Bei meinem Objektiv hier handelt es sich um eins aus der Vorproduktion. Das heißt, kleinere Bugs, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen, lassen sich vielleicht auch noch per Firmware-Update beheben. Es handelt sich um ein 115mm Objektiv im Vollformat, wenn man das vergleichen möchte. Mal ganz kurz, welche Brennweiten aus dem Fuji-System da so drankommen. Das ist eigentlich streng genommen nur eins, nämlich das XF 80mm f2.8, ein Makro-Objektiv. Was aber unter Kennern auch ganz beliebt für Porträts ist und auch gerne genutzt wird, ist natürlich von der Offenblende eine ganz andere Nummer. F2.8 gegen 1.2, das sind zwei volle Blenden dazwischen, das ist natürlich schon ziemlich krass. Nichtsdestotrotz wäre das der Brennweitenbereich. Ansonsten gibt es von Fuji natürlich auch noch ein paar Porträt-Linsen. Das wäre zum einen natürlich das 56mm, entweder in der neuen Version oder in der älteren, die noch kein WR hat. Die neue kenne ich noch nicht, das alte habe ich gehabt, das habe ich dann aber tatsächlich aus Preis-Leistungsgründen irgendwann wieder abgegeben und stattdessen ein Wildrocks 56mm 1.4 mir zugelegt. Ich habe den Tausch auch ehrlich gesagt nicht so richtig bereut, habe ich auch eine ganze Menge Porträts mitgemacht. Dann gibt es natürlich noch die beiden 50er, also 75mm von Fuji, das ist einmal das super krasse mit einer f1.0, was das hier natürlich nochmal in Lichtstärke unter- oder überbietet. Das könnt ihr jetzt entscheiden, wie ihr seht. Und natürlich das 50mm f2, womit ich auch schon Porträts gemacht habe, was auch eine super Linse ist. Dann gibt es noch das XF 90mm f.2 von Fuji, ein Objektiv, das ich tatsächlich auch mal besessen habe und was einigen Leuten im ganzen Fuji Lineup als das beste, schärfste und überhaupt allergeilste Objektiv gilt. Ich habe das für Porträts benutzt eine Zeit lang, das ist natürlich mit seinen 135mm im Vollformat eins, wo man echt weit weg steht. Da erzähle ich nachher zum 75er auch noch was zu, aber beim 90er hat mich das bei meinen Porträtshootings damals ein bisschen gestört. Das habe ich auch nicht mehr als Objektiv. Dann gibt es halt noch, wie gesagt aus eigenem Hause, das Wildrocks 56mm f1.4. Es gibt auch noch ein identisch von den Features, jetzt erstmal identisches von Sigma. Ja, das ist so der Vergleich, den man hier ziehen kann. Aber ein 75mm gibt es gar nicht bisher und schon gar nicht mit einer 1.2. Kommen wir mal zu den Features von dem Objektiv. Also neben der offensichtlichen Offenblende f1.2, die das Outstanding macht, was haben wir denn noch? Wir haben eine Naheinstellgrenze von 88cm. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, ist aber natürlich für ein Objektiv in der Brennweite eigentlich eine ganz normale Sache. Wir haben einen Filterdurchmesser von 77mm. Das Ding ist also wirklich schon ein Klopper, das seht ihr jetzt vielleicht auch hier schon an der X-T5. Ist auch wirklich 670g schwer laut technischer Datenliste. Ich habe es jetzt nicht selber gewogen, aber 670g schwer. 11x7,8cm groß. Es sind 11 Blendenlamellen verbaut für ein schönes Bokeh. Da seht ihr nachher in den Beispielbildern auch was davon. Das Gehäuse ist komplett aus Metall, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Es hat tatsächlich hier an der Seite ein Feature, was ich nur bei einem anderen Objektiv noch gesehen habe oder mal in der Hand hatte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr bei welchem. Nämlich einen Umschalter für manuellen Fokus und Autofokus. Ist ganz praktisch, dass man das am Objektiv umschalten kann, aber ehrlich gesagt hier vorne geht es genauso schnell. Hätte ich drauf verzichtet auf das Feature. Ist nett das zu haben, würde ich aber glaube ich nie brauchen. Das Objektiv hat wie alle Viltrox Objektive einen Zugang hier hinten an der Mount. In diesem Fall ist das jetzt ein USB-C Anschluss. Der dient einfach dazu, wie bei allen Viltrox Objektiven da Firmware-Updates drüber einspielen zu können. Das Objektiv hat selbstverständlich auch eine Streulichtblende und mit der Streulichtblende wird das dann endgültig zu einem riesen Klopper. So sieht das dann an der X-T5 aus. Ist also schon jetzt nichts für die Jackentasche, sage ich mal. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Knaller, nämlich zum Preis. Dieses Objektiv 75mm f1.2 kostet aktuell 599 Euro. Mal ganz kurz zum Vergleich. 599 Euro hierfür. Das neue 56er von Fuji kostet aktuell 1149 Euro. Stand Februar 2023. Das 50er f1.0 kostet aktuell 1389 Euro. Ich weiß, dass das alte 56er gerade reduziert ist, das 1.2. Es gibt ja auch noch ein 56er 1.2 APD in der alten Version. Da weiß ich aber gerade die aktuellen Preise nicht. Also was man festhalten kann, das 75er von Viltrox ist mit Abstand das günstigste Objektiv, was man in dem Bereich kaufen kann. Einzig aus eigenem Hause hat Viltrox hier ein Objektiv für Porträts, sage ich mal, mit konkurrenzfähigem Preis. Das ist halt das angesprochene 56er 1.4. So, sprechen wir mal über die Verarbeitung von dem guten Stück hier. Ich habe es schon gesagt, komplett aus Metall. Der Eindruck, den das Objektiv beim Anfassen hinterlässt, ist ein sehr, sehr hochwertiger. Einfach, weil es auch natürlich ein rechter Klopper ist. Es ist halt einfach ganz schön schwer. Ja, dadurch hat das natürlich auch schon eine gewisse Wertigkeit. Objekte dieser Größe, die so ein Gewicht haben, die sind, ja, die beeindrucken einen halt einfach schon beim in die Hand nehmen. Hier sticht so ein bisschen das Pro-Label heraus auf der Objektivseite. Ja, da wird Viltrox sich was bei gedacht haben. Die wissen, glaube ich, ziemlich genau, was sie da produziert haben und was das für einen Einschlag in dem System bedeutet. Denn das ist so, das werdet ihr nachher noch hören. An der X-T5, da muss ich sagen, da habe ich jetzt zum ersten Mal das Bedürfnis, mir gegebenenfalls einen zusätzlichen Griff dran zu bauen. Also klar, ich halte beim Porträtschießen natürlich auch am Objektiv vorne fest. Aber ja, das ist halt einfach schon vom Gewicht echt eine andere Nummer als die anderen Objektive im Line-Up, die ich so habe. An die X-E4, die mich gerade filmt, habe ich das Objektiv erst gar nicht dran gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich albern. Also da trägt auf jeden Fall das Objektiv die Kamera und nicht umgekehrt. Habe ich erst gar nicht ausprobiert. Sehr schön und im Vergleich zum 56er von Viltrox eine echte, echte Verbesserung. Der Blendenring hat Klicks. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich finde diese durchgehenden Blendenringen nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich brauche irgendwie hier auch eine gewisse Haptik, um zu sehen, um zu merken, dass ich die Blende tatsächlich vernünftig verstellt habe. Und wie weit? Für die Automatikeinstellung, das ist vielleicht so ein bisschen etwas, was man kritisieren könnte, geht der Blendenring auch einfach weiter durch. Man hat hier nur beim Stellen auf die A-Position einen etwas festeren Widerstand. Da sind die Fujinon Objektive, insbesondere die neueren, mit diesem Sperrknopf, den es da gibt, natürlich ein bisschen besser aufgestellt. Hier ist die Gefahr auf jeden Fall größer, dass man das vielleicht mal aus Versehen auf die A-Position stellt. Also Fazit, Zusammenfassung, Verarbeitung, würde ich sagen, ist schon ein richtiger Klopper, aber halt auch einer, der echt Eindruck macht. Kommen wir zur Bildqualität. Also ich habe andere Tests gesehen, da wird gesagt, dass man für Porträts schon eher die Schärfe rausnehmen muss. Aber der Eindruck ist halt einfach schon unglaublich gut. Ich hatte das Objektiv jetzt auf ein paar Fotowalks mit, einfach mal wild in der Gegend rum fotografiert, überwiegend in Schwarz-Weiß tatsächlich. Und ich zeige euch auch noch Porträts, die ich damit gemacht habe. Ich blende hier schon mal einige Bilder ein. Eine längere Bildergalerie mit Fotos mit diesem Objektiv kommt dann noch am Ende. Jedenfalls die Kombination aus der sehr großen Offenblende und der wirklich großartigen Schärfe, wie ich finde, ist einfach total genial. Ich habe es, wie gesagt, auch schon auf einem Fotowalk in der Nähe des Rheins mal probiert. Und dazu habe ich, wie gesagt, noch Porträts fotografiert. Das macht unglaublich viel Spaß, mit dieser Linse zu fotografieren. Was ich ehrlich dabei sagen muss, für mich war jetzt dieser Brennweitenbereich auch für Porträts wieder was Ungewöhnliches. Ich habe ja eben erzählt, mit dem 90mm F2 habe ich das auch schon seinerzeit mal gemacht. Und ich bin halt auch gewohnt, meine Bilder so ein bisschen aus der Nähe komponieren zu können. Und da muss man jetzt halt schon echt ordentlich weit weg gehen. Was die Qualität des Objektivs an der X-T5 angeht, bin ich einfach total weggeblasen. Also nach dem ersten Porträtshooting mit meiner Nichte bin ich da mal so reingezoomt. Und das ist halt echt schon krass. Guckt mal hier, wie man da reinzoomen kann. Und was für Details dabei noch rauskommen. Das ist immer noch knackscharf und einfach großartig. Also das habe ich auch so in der Form noch nie gehabt. Und ehrlich gesagt ist das ja jetzt auch das erste Mal, dass ich Porträts mit der X-T5 fotografiert habe. Und ich bin schon echt schwer beeindruckt. Das ist schon echt eine geile Kombination. Wenn man an diesem Objektiv etwas Negatives sagen möchte, dann wäre hier gegebenenfalls der Punkt Autofokus zu nennen. Der ist auch nicht schlecht, aber der ist jetzt auch nicht outstanding. Weswegen diese Linse ehrlich gesagt nur knapp die Perfektion verpasst hat. Man merkt, dass der Fokus manchmal pumpen muss. Manchmal habe ich mich selber ertappt, liegt es natürlich an der ungewohnten Naheinstellgrenze. Man muss halt relativ weit weg gehen mit der Kamera, um Dinge scharf zu kriegen. 88 cm wie gesagt. Das ist also sozusagen der Anwenderfehler an der Stelle. Aber es wird halt auch manchmal auch auf Entfernung ein bisschen gepumpt. Das ist nicht so schlimm, aber auch nicht so gut wie beispielsweise bei den Fuji Non-LM Objektiven, dem 18er und dem 33er, die ich habe. Da ist der Autofokus einfach wirklich outstanding. Das kann jetzt hier an der Pre-Production liegen, dass das noch kein fertiges Verkaufsobjektiv ist. Es mag sein, dass das über eine Firmware-Update noch behoben wird. Aber an meinem Testgerät war das gut, aber eben nicht outstanding. Ich habe aber ja neulich auch das Video gemacht zu den Autofokus-Einstellungen in der X-T5 und anderen Kameras. Und ich habe jetzt die Prioritäten in den AF-MF-Einstellungen halt auf Fokus gesetzt, nicht auf Auslösen. Deswegen habe ich trotzdem auch, wenn das Objektiv hier ein bisschen pumpt, überhaupt keinen Ausschuss bei den Porträts. Außer Ausschuss, der immer bei Porträts entsteht. Aber zusammen mit der X-T5, Auto-Augen-Fokus und so weiter, absolut großartig. Auch in den beiden Porträts-Shootings, da habe ich überhaupt keinen Ausschuss. Das Pumpen nervt ein bisschen, aber dann löst er halt auch in dem Moment nicht aus, wenn ich das so eingestellt habe in der Kamera. Das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Objektiv. Klar, natürlich, das Gewicht, die Größe ist halt auch ein Punkt, aber irgendeinem Tod stirbst du halt, wenn du mit so einer lichtstarken 115mm Linse fotografieren willst. Ja, kurzes Fazit. Was soll ich sagen? Also Wildrocks hat aus meiner Sicht hier bisher ihr Meisterstück abgeliefert. Das Pro-Badge hier, das muss ich auf jeden Fall überhaupt nicht verstecken. Da bin ich absolut überzeugt von. Für 599 Euro wäre jetzt auch wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, ich würde keinesfalls irgendeine andere Linse mehr für Porträts dieser hier vorziehen. Das 56mm 1.4 ist immer noch eine gute Linse von Wildrocks auch, vom Preis-Leistung her. Das 56mm 1.4 von Sigma ist wohl auch eine klare Empfehlung. Da fehlt mir dann halt so ein bisschen der Blendenring. Das mag ich bei Porträtshootings halt tatsächlich auch. Soll aber großartig sein, habe ich aber selber noch nicht getestet. Holen wir vielleicht mal noch nach. Aber für 599, sorry. Wildrocks 75mm 1.2 ist außer Konkurrenz im Moment. Aufgrund der Schärfe, aufgrund der Lichtstärke, aufgrund der Verarbeitung. Und der Autofokus ist dafür auch noch wirklich mehr als ausreichend. Das ist eine ganz starke Konkurrenz für Fuji und die anderen Hersteller. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, ob da jemand nachziehen kann, sowas nochmal zu produzieren in seinem eigenen Line-Up. Also von mir kann es nur eine klare Empfehlung für dieses Objektiv geben. Das geht jetzt leider zurück zu Rollei. Vielen Dank nochmal an Rollei für die Leihgabe. Das war es dann erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mit meiner Review zu diesem Objektiv etwas anfangen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal, haut gerne auf die Bimmel, dass ihr zukünftig nichts weiter verpasst. Schaut sehr gerne mal in mein Street-Fotografie-Buch. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine sehr gute Zeit. Bleibt bitte gesund. Wir sehen uns bald. Ciao. Galerie kommt noch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.